Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Bundesliga-Blog-Eintrag, nachdem ja heute auch schon der Nachbericht kam zum letzten Spieltag, weil es nicht anders ging, gibt es jetzt auch hier den Vorbericht und ja, meinem Hals geht es wieder relativ gut, muss ich sagen. Ich kann nur ganz gut reden, das heißt, ich kann heute, ich habe auch Zeit, denke ich, ein paar Folgen aufnehmen, Witcher 3 und Far Cry Primal, das heißt, es wird höchstwahrscheinlich keine Engpässe geben die nächsten Tage, das ist doch schon mal schön. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Vorbericht für den nächsten Spieltag. Da gibt es ein paar interessante Spiele, los geht es mit Hertha BSC gegen Hannover 96 und zwar heute Abend. Da würde ich sagen, da wird sich Hertha BSC wieder schön einschießen und zeigen, dass sie zu Recht auf dem Platz 3 stehen, auf dem sie momentan in der Liga-Liste sind und Hannover 96 wird auch zeigen, dass sie zu Recht auf Platz 18 sind, also auf dem letzten und absteigen werden. Ich tippe hier auf ein klares Ergebnis, vielleicht so ein 3-1, vielleicht auch ein 3-0. Hannover 96 hat halt im letzten Spiel schon gezeigt, dass sie ab und zu mal zu einem Torabschluss kommen können, deswegen trau ich denen zu, dass sie heute mal einen Treffer erzielen gegen Hertha BSC. Morgen spielt dann Stuttgart gegen Bayern München, das wird, denke ich, ja, eine überlegene Mannschaftsleistung von Bayern München, aber trotzdem werden die Münchner, denke ich, leicht müde sein, nach dem schwachen 1-0 gegen Lissabon und dementsprechend habe ich mal nur ein 2-1 getippt auf Bayern München, also ich traue sogar Stuttgart zu, ein Tor zu erzielen und denke, dass Bayern München nur mit einem Tor wieder Vorsprung gewinnen wird und man sich danach fragt, reicht das, um nach Lissabon auch die nächsten Gegner in der Champions League rauszuschmeißen. Ingerstadt gegen Gladbach, Gladbach hat ja furios 5-0 gewonnen gehabt gegen Hertha BSC, aber naja, das war halt mehr oder weniger durch einen Fehler von dem Berliner Torwart, denke ich, ausschlaggebend. Also ich denke schon, dass der Fehler ausschlaggebend war, dass sie dann 5-0 gewonnen haben. Ich glaube natürlich trotzdem, dass Gladbach gewinnt, aber Ingerstadt zu Hause darf man nicht unterschätzen und dementsprechend glaube ich, dass es nur ein knapper Sieg wird für Gladbach, es sei denn, sie schaffen es wieder, sich in den Rausch zu spielen, aber ich denke nicht, dass es funktioniert. Also ich denke, es wird ein knapper Sieg, ich denke, es wird ein verdienter Sieg, aber sie werden nicht mit vielen Toren Vorsprung gewinnen. Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim, da sehe ich Hoffenheim vorne, ich glaube Alexander Mayer fährt immer noch aus und ohne den sind die einfach nicht torgefährlich genug und dementsprechend Hoffenheim. Die sind einfach auf einem guten Weg mit ihrem neuen Trainer und werden hier auch gewinnen. Vielleicht ein 1-0, ein 2-0, so in die Richtung, denke ich mal. Bremen gegen Augsburg, da sehe ich momentan Augsburg vorne, weil ich eigentlich gute Ansätze gesehen habe in dem letzten Spiel, als sie gegen Mainz 4-2 verloren haben. Gerade in der ersten Hälfte waren sie eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft und das war glaube ich auch auswärts, wenn ich recht im Sinne. Deswegen denke ich, dass jetzt hier auch Augsburg gewinnen wird. Pizarro hier auch mal verletzt bei Bremen, das ist natürlich auch sehr schade für Bremen. Pizarro war eigentlich die Abschlussgarantie, hat die Tore gemacht in letzter Zeit. Ohne den werden sie auch wieder deutlich torungefährlicher sein, so kann man sagen. Dementsprechend Sieg für Augsburg. Hamburger SV gegen Darmstadt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig und habe hier momentan noch einen Sieg für Darmstadt drin stehen, weil Hamburg einfach sehr gerne ein Spiel gewinnt, ein Spiel verliert, ein Spiel gewinnt, ein Spiel verliert. Und ich weiß nicht warum, es ist mehr so ein Gefühl, das mir sagt, dass Darmstadt gewinnen wird. Ich werde mir aber jetzt nochmal die letzten Ergebnisse anschauen, weil ich, wie gesagt, mich nicht nur auf dumme Gefühle verlassen will, ich bin ja kein Gefühlstipper. Das soll ja schon ein bisschen Hand und Fuß haben. Also Darmstadt hat die letzten 1, 2, 3, 4 Spiele unentschieden gespielt und aus den letzten 6 Spielen 5 unentschieden gespielt. Okay, und aus den letzten 6 Spielen, wo sie die letzten 5 Spiele unentschieden gespielt haben, waren 2 zu Hause und 3 auswärts. Vielleicht sollte ich doch lieber einen Unentschieden tippen. Darunter waren 2-2 gegen Bremen, ein 0-0 gegen Mainz, ein 2-2 gegen Augsburg, ein 1-1 gegen Wolfsburg, ein 2-2 gegen Stuttgart und die hatten nur verloren zu Hause gegen den BVB 2-0. Ich bin gerade dabei am Überlegen, ob ich unentschieden tippe, weil das ist ja schon sehr auffällig. Was haben wir jetzt als Gegner Hamburg? Mal gucken, wie die gespielt haben, die letzten Spiele. Auswärts 3-0 gewonnen, zu Hause 3-1 verloren. Also 3-0 gewonnen gegen Hannover, 3-1 verloren gegen Hoffenheim, 1-0 verloren auswärts gegen Leverkusen, zu Hause 2-0 gewonnen gegen HLB SC, auswärts 2-3 verloren gegen Schalke, zu Hause 1-1 gespielt gegen Ingolstadt, okay, und Darmstadt. Und Ingolstadt, die ähneln sich ja schon, weil es wirklich unentschieden tippen. Wobei halt, die haben auch in den letzten 6 Spielen 3 verloren, ne? Und nach einem Sieg oder einem Unentschieden kam bisher immer eine Niederlage bei Hamburg. Boah, das ist schwer. Aber ich glaube, ich vertraue jetzt einfach meinem Gefühl, die Statistik spricht auch ein bisschen dafür. Und wenn es ein Unentschieden wird, habe ich halt Pech gehabt. Oder, 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 oder. Ich lache mal das 2-1 für Darmstadt. Ich lache mal das 2-1 für Darmstadt. So, Wolfsburg gegen Mainz ist dann das Top-Spiel am Samstagabend. Das könnte wirklich interessant werden, vor allem wenn Wolfsburg so spielt wie gegen Real Madrid und Mainz so spielt wie gegen Augsburg. Das ist echt super, super schwer zu tippen. Vielleicht wird es auch ein Unentschieden. Aber ich sage, ein knapper Sieg für Wolfsburg. Die haben sich jetzt nach oben katapultiert mit dem Sieg gegen Madrid. Die müssen jetzt einfach total öpforisiert sein und das Ding hier ziehen. Schalke 04 gegen den BVB. Also da sehe ich den BVB momentan auf jeden Fall vorne. Und die werden dieses Derby auch gewinnen. Vielleicht nicht mit sehr viel Torenvorsprung. Klappert Sieg für den BVB. Aber es wird auf jeden Fall ein Sieg für den BVB. Es wird Sonntagnachmittag. 15.30 Uhr Spiel. Dann haben wir Sonntagabend. 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Oh, das sind ja 2 Derbys an einem Tag. Also Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und es ist das bekannteste Derby in Deutschland. Und Köln gegen Leverkusen müsste aber auch eins sein. Ich glaube, das ist auch mit so das Hauptderby oder von Köln gegen Leverkusen. Ich weiß es gerade nicht. Also ich glaube, Derby Nummer 1. Ne, warte mal. Ist es Gladbach gegen Köln? Ach. In der Ecke sind so viele große Mannschaften. Das ist einfach alles ein Derby irgendwie. Also gegen Köln ist natürlich auch Düsseldorf immer ein großes Derby, weil die sich wohl ein bisschen hassen und so. Aber ich glaube, Leverkusen-Köln oder war Leverkusen-Köln so ein Derby, was nicht richtig von den Fans wahrgenommen wird als Derby? Das kann auch sein. Wie gesagt, da unten in der Ecke sind so viele Mannschaften, die einfach mal nur innerhalb von 100 Kilometer oder im gleichen Bundesland sind. Naja, was soll es. Ich sage, Leverkusen gewinnt das und Köln verliert. Punkt aus Nikolaus. In diesem Sinne, schönes kurzes Video, damit es schnell hochgeladen und veröffentlicht werden kann. Macht's gut. Euer Paxes. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und ich werde versuchen, heute noch ganz, ganz doll viele Folgen Mitte 3 und Far Cry aufzunehmen, damit ihr dann auch in den nächsten Tagen immer täglich eine Folge von beiden Spielen bekommt. Und liken, kommentieren, abonnieren. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Auf euch. Wunderschöner, leckerer Earl Grey, den ich geschenkt bekommen habe am Geburtstag. Mehrere verschiedene Sorten Earl Grey mit verschiedenem schwarzen Tee. Kann ich nur empfehlen. Natürlich wieder mit Milch. Macht's gut. Tschö, tschö.